sie gewacht gehabt er ist in die knacken dort heute zeige ich meine settings wenn ihr wenn es euch interessiert und ja also hier ist ja egal ja ich denke auch egal ja auch ein 4-8 hier und der Fündigkeit im Markt habe ich man sieht das hat das kann es packt ab um also hier aus und sie um sie empfindet 4 sie empfindet habe ich auch 4 dann Prozent empfinde ich multiplikator für empfindet habe ich 2,5 bei Bearbeitungsmodus Multiplikation für Empfindlichkeit habe ich 3,1 Todzone habe ich 20 und da und da 12 habe ich vergessen umzuschalten dann das habe ich halt noch keine Ahnung ob es euch juckt ist auch egal ist ja hier noch das ich spiel halt anders reparieren mache ich das das sieht er ja alles wer arbeitet mit Laufsicht was viel besser ist und ja soll ich mit dem Video schon sein wenn es euch gefällt lasst ein Like und ein Abo da